Ja, Hallöchen liebe Leute, Willkommen zu einer neuen, zu einer neuen Let's Play von CutTheRope, Omnoms, unerwartetes Abenteuer. Wir sollen das jetzt durchschneiden? Machen wir gleich mal. Yee! Ach, es geht schon los anscheinend. Omnoms. Wir sollen also das Viechchen immer mit dem Zucker füttern. Yee! 5703 Gesamtpunkte. Was auch immer genau das Zeug da oben ist, aber egal, das werden wir schon noch ausfinden. Nächstes Level, wenn es denn mal lebt. Ja, ja, ja. Ähm. Was kann man sowas nicht vorher fragen, bevor man sowas startet? Schau mal, erster Level fertig. Aber ich weiß nicht, ob das gebackt ist, oder... Äh, ist ja auch egal. Werden wir ja bestimmt schon mal sehen, irgendwann. Jedenfalls geht es darum, die Seile abzuschneiden. Und das Viechheit zu füttern. Und auch noch gleichzeitig die Sternchen einzusammeln. Nomnomnomnom. Nee! Und wir können halt das Level immer wieder erholen, falls wir, äh, was wir bräuchten. Ich weiß nicht, ob man jetzt immer drei Sternchen sammeln muss. Oder... Ob das, äh, später sich noch verringert auf zwei oder eins oder vielleicht bestimmte Zeit des Level lösen. Ja, ja, gib mir mal meine Punktchen da oben. Immer noch drei Sternen sammeln. Okay. Ah, ja. Ähm. Schau an! So einfach geht's. Unser Kleines Viech wird gefüttern. Auch wenn ich denke, das ist ein Back und so, wie ein Schwarzen. Ähm. Aber so ist das halt. Sieht's halt total beschissen aus. Aber, naja, wir sehen, ey, wir wissen ja, wie es richtig aussieht. Na, nur zwei Sternchen gegessen. Achso, ich hätte warten müssen. Na, wiederholen wir das Level. Warten wir, dass ich, bis ich das in einer Linie befindet. Achso. Wiss ich, kann das sogar platzen lassen. Ich muss das Seine gar nicht durchschneiden. Cool. Yay. Nomnomnomnom. Ich hab da nur ein, eine Medaille. Warum das denn? Ist ja doof. Oh Gottchen, was ist das denn bitte? Dann schneiden wir mal das durch. Aber, haha. Dachte ich mir, dass das nicht so was wird. No. Wiederholen. Level wiederholen. Oh, jetzt hab ich aus dem 2 durchgeschnitten. Ist ja natürlich auch doof. Was, muss ich das durchschneiden? Hm, ist ja doof. No, er wird nicht gefüttert. Achso, ich kann das ja platzen lassen. Stimmt ja. Ich muss dafür hier nur draufklicken. Ich will, dass er da oben drauf bleibt. Aber irgendwie bleibt er so nicht ganz drauf. Vielleicht muss ich das auch anders machen. Na, ob das so was wird? Oh yeah. Aber er will nicht so recht. Na? Schiebt er sich ganz langsam nach oben? Er muss halt über die Hälfte, damit es runterrollen kann. Ah, ich muss ja da hin. Den Typen muss ich ja füttern. Niu. Äh, vorbei. Schwein. Ich hab zwei Level-Lösungen erhalten. Na, dann schauen wir doch mal. Ah ja. Ich soll ihn durchschneiden. Das ist mir auch schon bewusst. Und den platzen lassen. Na, jetzt warten wir mal. Ah. Das ist ja interessant. So hätte ich es gar nicht gemacht. Ich wollte es eigentlich über den Randbeutel laufen lassen. Aber das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Das wäre mal vorbeigeflogen. Ich hab aber nur eine Medaille bekommen. Ach so. Sommeln, mindestens 23 Früchte. Sommeln, drei Sterne und plus Schlage die Uhr. Zwölf Sekunden? So, weiter geht's. Ja, ja, ja. Auf zum nächsten. Sammeln, mindestens drei Sterne. Oha. Na, okay, das ist ja recht. Oh Gott. Recht einfach. Er steckt fest. Warum zum Teufel steckt das Ding fest? Kann er überhaupt nicht angehen. So. Und eigentlich nur noch so hier. Nom, 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 nom. Und wieder drei. Und? Habe ich... Mehr als bekommen? Sammeln nur Sterne? Okay. Was sind denn Früchte? What the fuck? I don't know. Oh. Da haben wir wohl ein extra Level. Was haben wir denn hier? Glückwunsch, ich habe etwas gefunden. Was auch immer genau sein soll. Wollen wir später sicherlich rausfinden. Vielleicht ist das eine Frucht gewesen. Wer weiß. So. Wir schneiden... Das hier noch nicht durch. Das hier erst. Jetzt das hier. No. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen rüberrollen lassen. Obwohl er auch nicht ganz war. Na, das darfst du nicht so viel Schwung haben. Das ist das Geheimnis. Sonst rollt es an ihm vorbei. Nee. So haben die zwei Sterne. Ich kriege eine Bedaille. Hä? Ich verstehe das nicht. Ist aber egal. Ich habe... ...nochmal so ein Ding gefunden. Was auch immer das sein soll. Alter. Gibt sich viele Level. Wuhu. Da habe ich Spaß. Schauen wir mal, wie weit es noch hinter geht. In Kürze. Okay, also da gibt es noch nichts. Hoppla. Ich glaube, ich bin gerade zum... ...Hauptmini zurück. Tägliche Belohnung. Sammeln wir mal ein. Tag 1. Okay. Hier geht es weiter. Der jumpt gleich mal rüber. Sammelt drei Sterne. Mindestens 31 Früchte. Und sammelt nur Sterne. Merkwürdig. So. Ähm. M? Ja, ja. Ich habe dich gehört. Ich verstehe den Ballon noch nicht so ganz. Okay. Gut. Dann schneiden wir einfach mal ein bisschen was. Ah. Okay. Da hinten hätte ich aber noch rankommen müssen. Moms. Ne, da fehlt noch was da hinten. Ne, das war auch noch nicht so richtig. Irgendwas ist da noch... Irgendwas ist da noch... Das da ist im Weg. Ne, das hier unten ist im Weg. Okay, das war auch... Das war auch schlecht. Ich habe auch noch nicht... Ah. Ich habe auch noch nicht... Nein. Das mache ich außerhalb, dass ihr das nicht sehen müsst. Roto. Der rotiert. Naja. Der bringt also meinen Viech weiter nach vorne. Und wenn ich es anklicke, dann lässt er ihn fallen. Oh, da unten ging es noch ein bisschen weiter nach unten. Oha. Noch nicht ganz. Er ist auch falsch geworden. Oh, er lässt sich noch gar nicht fallen. Äh, wie komme ich denn an den nach hinten ran? Das ist ja merkwürdig. Lass ihn mal fallen, genau. Ah, okay. Juhu. Direkt in den Mund rein. So, weiter geht's. Ah, hier unten wollte ich lang. Erstmal das Geschenk abholen. Was sich da so schön ist versteckt. Da habe ich einen Robotyp. Ähm. Nee, das sollte noch nicht so ganz richtig sein. Nee, noch nicht, Kleiner. Noch nicht. Kann er zwei tragen? Aua. Sorry. Stimmt, so könnte es sein. Juhu. Boah, geil, oh. Nom, nom, nom. Oh, was haben wir da? Ich habe wieder... Ich habe fünf Luftballons gefunden. Was haben wir hier? Alle, liebe das ursprüngliche Cut the Rope. Kannst du alle Level meistern? Nein. Jetzt nicht. So, hier muss ich lang, ne? Das Bonbon ist noch nicht das Freie. Das Rote ist erst das Freie. Level 13. Ach Gottchen. Der Rote muss noch alle so hier weg, wa? Ja, der Rote müsste es so funktionieren. No. Oh. Nein, ich wollte es... Okay, er muss eher auf dem Weg nach rechts sein, damit er so ein bisschen nach rechts flickt. Jetzt werfen wir das Omnom-Monster auf den, auf den, auf den, auf das Zuckerzeug drauf. Sammle drei Sternen. Wie immer. Okay. Dann schneiden wir das mal weg. Oh. Das ist so leicht. Nein. Das ist noch Fehler. Das ist schon mal weg, ist schon mal richtig. Wurde ich sagen. Dann roll mal nach unten, Alter. Okay, ich habe nur zwei. Nein, noch nicht essen. Der rollt doch etwa nicht nach unten. Ich hätte es andere loslassen sollen. Das hier. Aber es ist noch nicht rechtzeitig gewesen. Ah, knapp. Erst den Einstern und dann darf ich das hier durchschneiden. Juhu. Ganz langsam. Namts. Namts. Ja, okay. Einen habe ich, den schaffen wir noch. Oder zwei. So, ja, mal wieder. Durchstrennen null Seile. Okay. Ist das überhaupt möglich? Ja, ist es. Und der muss jetzt runterfallen. Ja. Ah, null Seile durchtrennt. Leckumio. Und zwei Medaillen. Ey, warum krieg ich den nicht, Alter? Null Seile durchtrennt. Leck mich. Leck mich. Okay, ein Level kriegen wir noch hin. Dann haben wir drei Sterne. Dann behalte ich halt nur die ersten Medaillen. Ist mir auch egal. Wenn das so ansonsten nicht funktioniert. Furzdinger. Ne, so wird das nicht ganz was. Na, das sei war zu lang. Auch nicht. Das hier war's. Na komm, schneid es durch. No, ist es nicht. Scheiße. Achso, ich sollte es vielleicht wegschieben erst mal. Hoppla. Wie hab ich das gerade gemacht? So, der muss auf jeden Fall hier runter. Na, jetzt hab ich rausgeklickt. Okay, das wird dann noch nicht ganz was. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit Cut the Rope. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann mal in dem nächsten Projekt wieder. Bye, bye. 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 Vielen Dank.